Na, wer hätte das gedacht, nach gefühlten zwölf Millionen Jahren? Ich habe herausgefunden, wie es da weitergeht, lächerlich, aber bitte, please bear with me. Den Memen anreden. Und dann geht er mir nämlich nach. Schau. Naja, es sei denn jetzt hart stellen wir einer dazwischen. Ich brauche den Memen ganz alleine. Komm, lass mich anreden. Den Memen anreden. Und dann zum Polizisten ziehen, ohne dass die zwei Penner... Habe ich jetzt gehört? Und dann er zum Bullen ziehen, ohne dass entweder sie oder er... Was ist jetzt? Ja... Ja... Okay, der Memen lässt sich natürlich auch von der Band ablenken. Ach Gott. Und dann... Ja... Ja... Mannых! Musik Ah, jetzt hat es funktioniert Und nicht als völlig verblödeten Idioten mit der Stimme von Counter-Fru-Fru, wie ich es schon mal gesagt habe So, was wird das jetzt? Jetzt rennt er ums Motorradl nach, ich habe kein Kurs, ich kann nichts machen Darf ich jetzt? So, sehr gut, Radio, zack Operator Radio Gabriel picks up the headset and listens Ambulance 91, have you located their crime scene? They've radioed for you three times Did you say it was north of the Lake Retreat Country Club? South, Lakeside Drive, north of the Piedmont Pier, south of the Country Club South of the Country Club, north of the Eagle's Pier Good thing this guy is already dead Everyone's having trouble Must have been hallucinating You white-faced geek, you wanna eat my fist? It's just so misty out here or something I, hey, I see a squad car, I got it Molly Thank God, have a good one, 91 Interessant Hey you, get away from that bike Sorry Ganz, 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 ganz fürchterlich Ich bin... frustriert, gleichzeitig schockiert Auf der anderen Seite fast ein wenig belustigt Die Maus ist wieder nicht da Wo ist die Maus? Danke So Patscha 3 Mensch Quatscha Andere Möglichkeit habe ich nicht Muss auch nicht selber so Kaion nur dort hinfahren, wo man so ein Spiel vorgibt Was ist die Stabilität? Was ist die Stabilität? Die Stabilität? Hey, Mostly Huh? Na, du weiner, ich sagte, dass ich nicht mich so nennen Feeling jumpy? Who, ich? Nicht so dumm Wie hast du mich gefunden? Oh, ich war gerade durch Uh-huh Well, ich glaube, ich kann dir das sehen Für das Buch Aber nicht zu jemandem, hm? Das ist mein Netterpolizist Das ist mein Netterpolizist Definitiv ein anderes Voodoo-Murder Same M.O. und kein Freakin'-Klues Wir warten auf eine ID für den Körper Oh, das ist wunderschön Ist das ein eher... Publikum für dieses Kindes? Ja, sie sind Freakin'-Ghosts, diese Leute Lakeshore Drive ist nicht genau die 10-Expressway Aber es ist offen für den Publikum Keine Informationen und nichts Jetzt, wer das ist? Das war ein Moment, Westgate, da Ahem Good day, Miss Getty What's going on, Officer? Detective Mosley, ma'am We got a little problem here, but nothing for you to be concerned about I see Thank you, Detective And Good day, gentlemen I'm in love Forget it That's Molly Agetty She's about as far out of your reach as the moon Probably on her way to meet some guy with a yacht right now Near here? The lake's a popular place for country clubs If she's out here a lot, maybe she saw something or heard something Nah, nobody ever sees or hears nothing I told you, besides, you just don't go around bothering people like her We've about wrapped it up, sir Well, let's get the meat wagon moving then Stick around and take notes for the book if you want Watch out for the muck and the water moccasins though If you want to talk, I'll be at the station tomorrow Thanks And Arr Die Musi Arr Die Musi Meine Fresse So, show her the marks exactly There's a pattern to the lines in the sand But only one small area is clearly defined It would be good if we have a photo appeared, but we don't have it We'll go with the loop Let's go with the loop Travel What do you do now? Can't take the lines without some help? Can't take the lines without some help? What the f... flying... fuck Tweezers, maybe Okay, good Oof That's a lot of blood Looks like there was something here I should take a closer look Ja, gerne Gerne, gerne Tu, mach mal da sind fußspuren fußspuren die im offensichtlichen nicht auffolben marks the marks are actually deep indentations in a regular mesh pattern this means what's to me the marks are actually deep indentations in a regular mesh pattern Die Fußspuren sind ja vollkommen plonzen. Unglaublich. Bladln. Jede Menge Fußspuren. Was war jetzt? Was war jetzt? Was ist da? He looks like a scale of some sort. A scale? Ich spüre ihn. Da kommt nix. Warum kommt da nix? Da haben wir die... Da haben wir die Tweezers weg. The scale is too delicate to pick up by a hand. Na ja dann, außer mit den Squeezers. Gabriel carefully uses the Tweezers to take the small iridescent scale. I think it's a snake scale. But it beats the hell out of me what kind? Snakehunter. I've got no way to take that with me. And I don't want to. Schaufel. Zackerl. Clay. The banks of Lake Pontchartrain are rich with clay deposits. Pontchartrain. Schau dich um, mein Freund. Schau dich um. Oh, mächtiger Privatdetektiv. Er ist kein Privatdetektiv. Er ist Ermittler. Warum? Warum? Wieso? Warum? Warum nur? Weswegen macht man das? Gabriel is carrying a lump of clay from the banks of Lake Pontchartrain. Gabriel is carrying a scale he found near the crime scene at Lake Pontchartrain. Pontchartrain. Blöder Name für nen See. Aber was so is. Und die marks? Ich würd das so gern irgendwie abzeichnen. Oder... 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 von mir was untersuchen. Entschuldigung, so. Gabriel can take the lines without some help. Komm wieder her da, mit welcher Hilfe soll ich uns was... Hm. Ja, ein Foto-Aberat vielleicht, hm? War das eine Geschichte? Mr. Super-Super-Futzi und dass das da Schlangenspuren sind, ist ja wohl auch klar, oder? Jetzt kann ich mir das mal anschauen. Vegetation? Entschuldigung, weg. Gabriel is on the sand and clay shores of Lake Pontchartrain, at a site where some poor bastard got to see who the voodoo-murderers really are. Hm. Sehr, wie soll man sagen? Schicksalshafte Aussage. Lake Pontchartrain is impressive. It measures 24 miles across and stretches as far as the eye can see. Details, Kniefrau, details. Lake Pontchartrain is scenic. But you really wouldn't want to swim in it. Why not? 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 That doesn't work that way. No. I don't think this was weird. We take to the road. Lake Shore Drive runs around the entire lake. This is a particularly lonely stretch, but it's still a public road. So, how do I get out of here. Exit to the map. Office test. Yes, please. How do I get out of here? Let's go back again. God. Wait a minute. Stop. No. Oh. 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 The excitement of seeing you is killing me. Oh. 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 Es geht um die Zirn. Du machst eine Familie, Gabriel? Sehr lustig. Ich meine, reale Zirn, du weißt, skälsch, kaltes. Ich hätte gedacht, dass du sie empatisch findest. Mhm. Ich weiß sehr wenig über Reptiliener, und würde ich es so halten. Ich glaube, es gibt ein Buch über Zirn, irgendwo in die Zirn. Okay, danke. Du hast das schon gesagt, Request research? Check out Malia Getty. Die Zufu ist drive-by Liebschaft. The love interest from a distance. Getty Images. Oh, just, you know, Stuff about the Voodoo-Murder. If you can get an address. Warum? Was verbeidert? The murder, right. I'll see what I can find out. Anything else? Nein. I can't think of anything. Okay. Jetzt gleich. Genau, weil wir ja der volle Experte sind. Jetzt muss ich noch Bookshelf. Dann muss ich das Bookshelf rein. Und dann im Bookshelf die Schlangenschuppe mit dem Schlangenbuch abgleichen. World of Snakes. Genau. Wo ist das jetzt? Und da. World of Snakes. Not getting it. Won't get this out. Uh, can hunt in subtle darkness. They can use their sight or to fight the prey, but they also hunt by vibration. They are attracted to vibrations, hoping for an easy meal. They are often drawn to motors and machines for this reason. Metaplattln is there not. What do you do with that stupid Schuppe? No. God. Chandelier. Where did you go? The chandelier is original. Gabriel finds it charming. Alright, alright. He can't afford to replace it. Yeah, yeah. Danke. Danke, Frau Voodoo Mutti. Das Erste, was mir jetzt cool vorkommt in dem Spiel ist, dass die Tageszeit offensichtlich, wenn man da durch die Fenster schaut, es wird Abend. Definitiv. Box. Box. Da war doch auch immer irgendwas drin in der Box, oder? Ich kann den Rest von diesem noch ein paar Mal Wirklich? Das wäre aber jetzt interessant. Was tun mit der blöden... Ja. Blue scale. Wieso kann ich das... Gabriel can't see a way to use that. Warum nicht? Sorge halt einfach die blöde Schuppen. Gabriel can't... God. No. No save full of money back there. Vielleicht hat sie ja schon aus außergefunden. Vielleicht geht das ja recht flott zur Research. Das muss man mitnehmen. Ja genau. Du hast eine Minute, Grace? Was ist denn? Du hast einen Messer für mich? Dana rufen und Susie hat eine Messer über eine Verkaufsitzung Tossel. Okey-dokey. Das sind nur die Messer für heute. Können Sie ein bisschen... Natürlich, was? Ich kann nichts denken. Ich kann nichts denken. Ja! Passt! Gehen wir liegen, oder? Gehen wir liegen, machen wir ein End. Das war ja ein unglaublich sinnfreier Tag. Bett! Geh! Du, Glotzen! Wirklich nicht. Hm. Too bad. Okay. Wir checken wieder einmal. Die Hints. Still learn about the crime scene. Learn the location of the crime scene. Blablabla. While there find the snake scale and copy the pattern into your sketchbook. Was? Was? The sketch? Cool. A god. A god. Okay. What are we? Copy the best pattern into your sketchbook. Sketchbook. In the tray. In the tray. Na. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Was? Was? Wie geht der dir an der Technik, oder was? Ah ja, keine Ahnung, wie das jetzt geht, so. Journal Hints. Sketchbook. Ich brauche etwas zum Schreiben. Wo gibt es denn da Typewriter Lampdesk? Vielleicht hinsetzen. Ah ja, das will man natürlich nicht. Wo ist das Ding? Noch einmal über die Hints schauen. Go to the police, bla bla. Wähl da, find this next scale and copy the pattern into your sketchbook. Ah, copy the pattern! Nicht the pattern of the scale, sondern... ...the pattern on the shore. Ah, jetzt fällt ihm noch einmal ein. Ah, scheiße, vollkommen vergessen drauf. See you later. See you later. See you later. Hubba hubba. Johnny Bravo. Ja, er kommt mir irgendwie vor wie Johnny Bravo. Vollkommen beknackter Chauvinist. Ob ich jetzt mit dem IQ von einer... ...von einer Eintagsfliege? Hmm, let me try to copy this down. Ja, 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 jawoll! So super! The partial pattern from the crime scene intrigues Gabriel. What does it mean? Oh, will we go to the voodoo ritual? Oh, is that right? Oh, is that right? Is that right? Loop. Nothing worth magnifying. What does it mean? Mehr geht nicht. Also, Großaufnahme gibt's keine. To photograph a... Das geht ja komischerweise. Die Sachen kann man alle vergrissen. Nur, das pattern nicht. Nein, 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 nein. Na gut. Aber das war jetzt einmal. Das war jetzt mehr als genug... Schwachsinnige Detoxion. Detoxion. Day one. We did it. Mit... In drei Folgen. Ein Wahnsinn. Na gut, der blöde Pantomimeo hat wirklich eine ganze Episode verschissen. Echt, also... Furchtbar. Nächster Webtraum. Nächster Webtraum. Das war jetzt gleicher wie beim ersten Mal getan. Komplett gleich bis jetzt. Nur, ob nichts Neues. Absolut wie ein Abendschauer. Und es wird Abend. Und es wird Nacht. Und es wird Nacht. Und es wartet. Wieder morgen. Gleich hoffelt die coole Grace vorbei. Today, or day two. A mask I was, I approached. I was what I'm not. And thought the pattern was unclear. Its meaning could be bought. Whatever it means. Paperboy. Grace. Tägliche Routine. Und wie jeden Tag. Good morning. Good morning. Don't you look swell today. Actually, swollen. Hmm. So have some. There's a fresh pot on the table. Seriously, you look like hell. Your hair is sticking straight up like a... Oh, it always does that. Never mind. Ha ha. Did you dream about the fire and the hang guy and that lion thing last night? Leopard, not lion. Did you get anything on Malia Getty? Well, I did get her address, but you're a little out of your league here, big fella. The Getty's own three local hospitals just to name a few of their assets. They run in very high circles. Did you get an address? I got the address. I suppose this has nothing to do with the fact that Malia Getty is incredibly gorgeous. I should have known you wouldn't go for a rich ugly socialite. And that address is? Socialite. Hey, far be it from me to postpone your total humiliation. It's 557 West Ingram. That's the Garden District. Estate City. That's all I wanted to know. And yes, my dear, Malia Getty is the most dangerous looking diversion I've ever seen. Ouch. Ugh, men. 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 And that now the whole thing is a little bit of a 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 bit of an effect. In this hope I say I have a good time. Have a good game. Have a good game. Until next time. Because I am... ... sweet and frustrated... Out. Untertitelung des ZDF für funk, 2017